Jürgen, bei welchem Verein, also bei welchem Spiel bist du dann heute gespannt? Bei dem, was wir jetzt heute auf der Tafel haben? Guckst du oder guckst? Was soll ich gespannt sein? Welches Spiel? Nee, welches Spiel? Wie hätte er denn getätet? Bayern, Freiburg oder Stuttgart, Hannover? Welchen Verein hängst du am meisten? Dortmund, Bayern, Schalke? Hängt dein Herz noch irgendwo oder fieberst du irgendwo mit? Das meinte ich damit, ne? Oder ist dir alles jetzt Wurst? Nein, das heißt genau, das ist ja das, was von mir niemals rüberkommen wird. Von mir wird niemals rüberkommen, ist mir egal, interessiert mich nicht und brauche ich nicht. Das wird von mir nicht kommen. Das kommt aber in der Gesellschaft vor und da muss man sich hinterfragen, aus welchem Grund das so ist. Das mache ich schon mal gar nicht. Du bist mir politisch heute, Jürgen.